Die DDR will auf den südlich von Berlin gelegenen Deponien Schöneiche und Vorkerzin keinen Müll mehr aus dem Westen annehmen. Umweltminister Liederich hat die Genehmigungen für die beiden Deponien zurückgezogen. Von sofort an darf kein Klärschlamm mehr aus dem Bundesgebiet nach Schöneiche gebracht werden. Die Abnahme von Sondermüll aus West-Berlin auf der Deponie Vorkerzin soll nach einem Stufenplan bis Ende März beendet werden. Die DDR hat die Bundesregierung über einen weiteren Störfall in einem Atomkraftwerk in Greifswald informiert. Nach Angaben der Zeitung Welt am Sonntag trat der Störfall am 24. November vergangenen Jahres am Block 5 des Werks Bruno Leuschner auf. Erst vor wenigen Tagen war ein schwerer Störfall im Atomkraftwerk Lubmin bei Greifswald bekannt geworden, der sich bereits 1976 ereignet hatte. Bundesumweltminister Töpfer stellte in einem Interview der Zeitung die vorsorgliche Stilllegung aller Atomkraftwerke in der DDR zur Diskussion.